Ich begrüße Sie herzlich, mein Name ist Memes vom Jagdhof Scheldenberg. Schön, dass Sie zuschauen. Wir sind erneut mit unserem Plan natürlich für Roncalli Spaner mit Zinses, aber neben der wiederkehrenden Veranstaltung mit Roncalli versuchen wir auch im Jahr so vier, fünf Veranstaltungen unterzubringen, die die Gastronomie näher bringen und einen anderen Blickwinkel auf die Gastronomie zeigen, dass es also nicht nur um Essen und Trinken geht, sondern um ein Erlebnis. Und bei uns steht jetzt der nächste an, das ist das Musical Dinner, herbstzeitlos Ausschnitte aus den bekannten Musicals kombiniert mit ein schönes Menü und die sogenannte Hume-Nummer, das ist im November eigentlich eine Meeresfrüchte-Orgie von und mit Roland Bär. Also wie gesagt, was wir versuchen, ist einfach nur unseren Gästen mal was Schönes, was anderes zu bieten. Warum Musical Dinner? Wir hatten es noch nie, es ist das erste Mal. Ich finde es faszinierend, es ist ein Abend einfach entführen, mal weg aus dem Alltag. Ich finde das sehr, sehr schön. Zehn-Jahres-Programm, richtig. Zehnjähriges Jubiläum haben wir in diesem Jahr. Eine Tradition kann man mittlerweile sagen. Und immer wenn Roncalli kommt, weiß man, die Vorweihnachtszeit steht wieder im Hause. Und in Essen, die sind ja nicht nur im Ruhrgebiet mit uns, sondern mit Panamets et Zinses aber bei uns. Und immer wenn die kommen, dann weiß man, Weihnachten steht vor der Tür. Es wird wieder winterlich, es wird herbstlich. Die kalte Jahreszeit fängt an, suchen wir uns andere Sachen, wo wir uns darüber freuen. Mit einigen Größen aus der Vergangenheit. Kai Magnus Tink kommt wieder, wo wir uns riesig darüber freuen. Und ja, Roncalli, was ist Roncalli? Roncalli ist auch ein Erlebnis. Es ist ein Abend weg aus dem Alltag. Es ist genießen, sich entführen lassen. Mit dem wunderschönen Motto Gans und Gloria. Ja, wir freuen uns sehr. Es ist bezaubernd, es ist fantasievoll, es ist märchenhaft, es ist genießen. Es ist ein Erlebnis. Also wird der Tür zu machen. Es ist ein Erlebnis. Im Jön hin zum Erlebnis. Wenn ich dich auf der Tür frei habe, wenn du... ... und wie bist du vor? ... ... ... Untertitelung des ZDF, 2020